Guten Morgen, wir haben heute die zweite Nacht in einem Hotel verbracht. Also Markus, Saske und ich haben einfach dem Regen und diesem ganzen Wunder der vergangenen Nacht nicht standgehalten und sind dann doch in ein Hotel gegangen, hier in Trabson, in das wundervolle Hotel Mora. Ehrlich gesagt erinnert es mich mehr an ein Stundenhotel als an ein vernünftiges Hotel, aber es ist trocken, ein vernünftiges Bett und einigermaßen sauber. Das äußere Erscheinungsbild ist dann wieder gleich eine andere Sache. Ja, das ist ein Blick hier durch mein Zimmer. Und dann geht es heute weiter Richtung Ararat und ich hoffe nicht, dass das Wetter endlich mal wieder besser wird, weil bei den Wolken sehen wir auch den Ararat nicht. Ja, bis später.